Einen schönen guten Abend. Ja, es ist nicht morgen, es ist schon Richtung Abend und jo, heute gibt es das Video nicht von diesem Tag, sondern erst für den Tag morgen. Aber wir wollten euch schon mal unser Hotelzimmer zeigen. Da hinten ist der Olli. Hallo. Und wir übernachten heute hier endlich mal wieder entspannt hier den Tag genießen. Und jo, wir fangen vielleicht hier vorne an. Also, hier ist die Eingangstür. Nur damit ihr es mir glaubt. Eingangstür. Und jetzt lauf mal rein. So, da kleine Stände und viele Schalter. Kinderbettchen. Das Kinderbettchen ist interessanter als das normale Bettchen. Das ist der Olli, den kennt ihr alle schon. Wenn wir reinkommen, ist rechts gleich die Toilette. Ist sie nicht nice? Finde ich cool, dass es getrennt ist. Sonst ist es immer zusammen. Hier ist es getrennt. Hier ist dafür jetzt hier gleich an der rechten Seite das Badezimmer bzw. die Dusche. Und der Olli macht jetzt gleich mal das Ding da vorne auf. Da kann man direkt aufs Bett schauen, wenn man duscht. Bisschen verrückt. Haut ziemlich cool. Ja, das bin ich. Guten Tag. Ja, hier gibt es alles, was man braucht zum Hände waschen, zum Haare föhnen. Ich glaube, die ganzen Sachen von wegen Badesachen, die kriegt man, glaube ich, unten alle Informationen. Hier ist das Bett. Willst du es präsentieren? Das ist das Bett. Hier werden wir schlafen. Ich werde hier schlafen, auf dieser Seite. Ja, und ich schlafe da, wo der Müll schon draufliegt. Oder wo die Taschen liegen. Das ist mein Platz. Ja, wir sind im ersten Stock. Wir haben hier das Zimmer im ersten Stock bezogen und sehen leider nicht Richtung Park, aber wir haben einen schönen Baum davor. Das heißt, wir sehen nicht die Stadt oder sonst was. Und ich muss mal die Kamera drehen. Das ist so unprofessionell mal wieder. Ja, hier wird man heute die Nacht verbringen. Ich bin gespannt, wie es wird. Wobei, eigentlich wissen wir immer, wie es wird. Eine erholsame Nacht. Und jetzt gehen wir noch mal in den Park und nehmen die Kamera aber dafür nicht mit. Dafür nehmen wir euch morgen durch den Park mit und machen heute so einen ruhigen Tag. Also, dann bis gleich. Für euch. Bis morgen. Für uns. Bis gleich. Tschüss. Ein schönen guten Morgen. Es ist 8.41 Uhr. Ich bin eigentlich noch ganz schön müde. Und wir fahren jetzt, beziehungsweise gehen jetzt gleich erstmal in den Park und werden noch eine Runde Bluefire fahren oder zwei oder viermal schauen. Und später gehen wir frühstücken. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Erstmal Achterbahn fahren und dann frühstücken. Deswegen, bis gleich. So, wir sind jetzt gerade frühstücken, beziehungsweise habe ich meine Kamera vergessen. Deswegen mache ich das heute mit dem Handy. Und ich kriege gerade Handcakes. Und da gibt es so viel mehr noch zu essen. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert. Ansonsten wird das ein ganz kurzes Video. Zumindest, was das hier eigentlich geht. So, ich hau rein und mache mir nachher noch ein Video vor dem Handy. So, ich bin jetzt nicht drauf. So, ich konnte es ja. So, ich hoffe, verabschiede. So, ich bin ja erinnert. So, ich bin ja nicht bin ich Herein, nie bin ich hier6. Tellerungsmacht. So, ich bin Hilo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017